Ganz viele Leute schaffen es, 5 Kilo, 10 Kilo oder sogar 15 Kilogramm abzunehmen, aber nehmen irgendwann wieder zu. Und in diesem Video wollen wir jetzt mal schauen, warum das so ist und wie du es schaffen kannst, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Weil das ist halt nervig. Man fängt irgendwas an, man verzichtet zum Beispiel auf Kohlenhydrate, man bewegt sich mehr, man versucht gesünder zu essen, weniger Alkohol zu konsumieren etc. pp. Und man hat Erfolge damit. Und man hat immer erste Erfolge damit. Und denkt sich, ja geil, dieses Mal klappt es wirklich. Und dann nimmt man ab, nimmt ab, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Und irgendwann stagniert es. Oder man kann einfach nicht mehr dranbleiben, weil man merkt so, boah, das ist schon anstrengend. Und schleichend kommt dann das Gewicht wieder zurück. Kommt das bekannt vor? Dann jetzt mal gut aufgepasst. Denn was ich beobachtet habe in hunderten Gesprächen, ist, dass Leute dann immer das Problem an sich selber suchen. Die sagen dann so Sachen wie, ja, ich war nicht diszipliniert genug. Ich konnte halt nicht dranbleiben. Die Methode, die war an sich schon gut. Es gibt ganz wenige, die wirklich auch sagen, ja, es war halt zu hart, es hat nicht zu mir gepasst. Meistens ist sowas, wo man sich sagt, ja, ich bin das Problem, ich konnte es halt nicht durchziehen. Aber das ist totaler Bullshit. Gerade wenn du jemand bist, der vielleicht selbstständig ist, der Unternehmer ist, deine Führungskraft irgendwo ist. Das heißt, der regelmäßig zur Arbeit geht und da vielleicht ein bisschen mehr tut sogar, als der eine oder andere, dann scheitert es definitiv nicht an der Disziplin. Und ja, jetzt könntest du mit dem Argument kommen, ja, beim Arbeiten bin ich halt diszipliniert. Das war schon immer so. Da habe ich das hinbekommen, aber sonst halt nicht. Und im Privaten läuft es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und dann sagst du, ja, weißt du, dann ist halt nicht mehr so viel Zeit über. Aber Abnehmen braucht nicht viel Zeit, wenn du es richtig machst. Wir haben für uns vier Faktoren definiert, die wichtig sind, damit man sagen kann, macht diese Gewichtsabnahme dauerhaft Sinn oder eben auch nicht? Und die will ich dir jetzt mitgeben. Wir haben das für uns intern die 4S-Strategie genannt. Und wir haben ja über die letzten Jahre schon, ich glaube, es sind ja 700 Kundenbegleiter beim Abnehmen, haben mit jedem ja auch davor gesprochen, zu herausfinden, was hat er schon in der Vergangenheit gemacht. Und dann bekommst du mit FDH, Low Carb, weniger Sport, eine HCG-Diät, etc. pp. und dann kommt ganz oft diese, wo ich sage, ja, ganz ehrlich, ich hätte dir am Anfang schon sagen können, dass das nicht funktioniert. Ja, doch, es hat doch funktioniert. Ja, nee, es hat nicht funktioniert. Das ist wie, wenn mir jetzt die Schulter wehtut und ich schmeiße Schmerztabletten ein und sage, ja, die funktionieren ja eigentlich ganz gut. Ja, aber sobald ich sie wieder weglasse, tut mir halt die Schulter wieder weh, wenn ich immer wieder die gleiche Bewegung mache. Das heißt, man findet den eigentlichen Fehler nicht. Und beim Abnehmen ist ganz wichtig, dass die 4 S gegeben sind. So, jetzt die Frage, was sind die 4 S? Der ganz erste wichtige Punkt ist, dass du satt wirst. Das heißt, wenn du ein FDH machst, zum Beispiel, ein Intervallfasten oder etc., wo du sagst, boah, ich habe schon oft mit Hunger zu kämpfen und ich fange dann an zu googeln, ja, was kann ich gegen Heißhunger tun und fange dann an, Kaugummi zu kauen, mehr zu trinken, schaue, dass ich früher ins Bett gehe, etc. Ja, guess what? Das wird nicht dauerhaft funktionieren. Das ist ja auch Symptombekämpfung, aber du findest den Ursprung nicht von dem Ganzen. Weil Heißhunger, du solltest nicht gegen den Heißhunger ankämpfen, sondern du solltest schauen, dass der Heißhunger gar nicht erst auftritt. Und wie machst du das? Eben, wenn du mehr isst. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber mehr essen, ich kann doch nicht mehr essen. Doch, kannst du, wenn du mehr vom Richtigen isst. Weil, Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich esse 100 Gramm Reis, so, dann hat der irgendwie, ja, 170 Kalorien. Wenn ich sage, ich esse 100 Gramm Kartoffeln, dann sind das 70 Kalorien. Das heißt, ich könnte 230 Gramm Kartoffeln essen für die gleiche Kalorienzahl wie beim Reis. Und das gibt es ganz, ganz oft im Leben. Das heißt, Prio Nummer 1, wenn du abnimmst, ist, dass du satt wirst dabei. Prio Nummer 2, dass die meisten unterschätzen, ist, dass es sozial verträglich ist. Die meisten haben dir immer im Kopf, ja, abnehmen bedeutet Aufwand und Verzicht. Und ja, natürlich musst du was tun. Von nix kommt nix. Aber nicht so, wie das die meisten machen. Weil die meisten haben es ja so, dass dann sagen, boah, da gehe ich nicht mehr hin, da darf ich nicht mehr mittrinken, da muss ich mich einschränken und ich hoffe, die Scheiße ist bald vorbei. Ja, was denkst du dann, wie lange du das Ganze machen wirst? Das ist ein absoluter Trugschluss zu denken, ich mache etwas 10 Wochen und das Ergebnis bleibt nachher, wenn ich damit aufhöre. Habe ich früher auch gedacht, aber das stimmt nicht. Das muss zu einer dauerhaften Umstellung kommen. Das ist eine unsexy Wahrheit, aber es ist einfach so. Weil sonst wird das nicht funktionieren. Und mit sozial verträglich, das muss ja jeder für sich ein bisschen schauen, wie stark ist das. Das ist aber sowas wie Geschäftsessen. Dass du da halt nicht jedes Mal einen Salat bestellen musst, sondern dass du ganz normal bestellen kannst und dich nicht jeder fragt, ja, machst du gerade eine Diät? Bisher versuchst du es wieder. Ja, das wird ja eh nicht funktionieren. Ja, ja, was, du machst es wieder mal. Das ist doch bescheuert. Und das Gleiche ist mit sozialen Events am Wochenende zum Beispiel im privaten Kreis. Dass man da auch mal ein Gläschen mittrinken kann oder vielleicht mal ein zweites Gläschen. Klar, du solltest dich nicht jedes Wochenende volllaufen lassen. Dass das schlecht ist zum Abnehmen, weiß man. Aber es sollte möglich sein, mal mit anzustoßen, mal irgendwas zu essen, was vielleicht nicht super ist zum Abnehmen. Weil nur dann wirst du es dauerhaft machen, wenn du den Spaß behältst. Das heißt, merke, sollte satt machen, sollte sozial verträglich sein. Nächster Punkt, sollte simpel sein. Wenn du anfängst, irgendwie aus einer Brigitte versuchen, Rezepte nachzukochen. Ich weiß gar nicht, ob in der Brigitte Rezepte drinstehen, aber wahrscheinlich schon. Das wird für dich nicht funktionieren, wenn du die ganze Zeit in der Küche stehen musst, um diesen Quatsch umzusetzen. Es muss in deinen Alltag integrierbar sein. Und dieses Ernährungskonzept, wie ich es immer nenne, das solle sich deinem Alltag anpassen und nicht umgekehrt. Du kannst nicht plötzlich sagen, ja okay, dann arbeite ich da halt weniger und mache das nicht mehr, mache das nicht mehr, dafür mache ich jetzt das. Ah, eigentlich bringe ich da die Kinder ins Bett, aber ich könnte dann ins Fitnessstudio gehen. Oder, ja, meine Frau kocht eigentlich, aber ich könnte ja sagen, sie soll das nicht mehr machen, ich mache es jetzt selber. Ja, wirst du es dauerhaft machen, wahrscheinlich nicht. Das heißt, satt, schmeckt, simpel und Punkt Nummer 4 von diesen 4S. Was ist es? Nachdem wir gesagt haben, es sollte dich satt machen, es sollte simpel sein, es sollte sozialverträglich sein. Ja, es muss schmecken, das Ganze. Weil viele, die eine Low-Cup-Diät machen zum Beispiel und dann irgendwie nur noch Salat, Eier und Fleisch essen, sagen denen, boah, ich kann den Quatsch nicht mehr sehen, es hängt mir zum Hals raus. Und das muss natürlich auch gegeben sein, weil wenn dir das Zeug nicht schmeckt, wenn du irgendwelche Shakes konsumieren musst, statt normalem Essen, wirst du es auch nicht dauerhaft machen. Und das ist genau das, wo die Kunst beim Abnehmen eintritt, weil Abnehmen an sich ist ja super simpel. Nimm weniger Kalorien zu, die dir, wie der Körper verbraucht. Aber in der Praxis ist es dann halt schwierig, dass es sich, okay, ich sollte weniger Kalorien zu mir nehmen, wie der Körper verbraucht, sonst werde ich nicht abnehmen. Das ist aber auf eine Art, die mir schmeckt, die mich satt macht, wo ich mal mit anstoßen kann, was simpel ist. Und da wird es dann ein bisschen tricky. Wichtig für dich, immer wenn du dir überlegst, mache ich das oder mache ich das nicht zum Abnehmen, überleg dir, kommen diese vier S zum Tragen, ja oder nein? Wenn du sagst, ja, go for it, mach es, weil dann wird es dauerhaft funktionieren. Wenn du sagst, ne, sehe ich nicht, ja, dann mach es auch gar nicht. Und genau da unterstützen wir Personen, dass wir schauen, okay, wie sieht deren Alltagssituation aus? Das heißt, wir haben uns speziell auf Menschen spezialisiert, die viel und gerne arbeiten und arbeiten dann für sie kostenlos ein unverbindliches Konzept aus, wo sie sehen, okay, so könnte das für mich aussehen, wenn sie das umso umsetzen wollen, umso besser. Das heißt, wenn du da gerne mal eine Beratung hättest, tipp mal den Link unterhalb von diesem Video oder geh auf www.simon-matis.com und ansonsten hoffe ich, das Video war für dich hilfreich und wir sehen uns im nächsten. Bis dann, tschüss, ciao. Bis dann, tschüss.